Ich muss ihn reinlegen, bevor der Tag zu Ende geht. Fragt sich nur wie. Irgendwo muss er eine Schwachstelle haben. Ah, Bier. Meine einzige Schwäche. Meine Achillesferse sozusagen. Bier! Bier ist der Köder. Aber wie fange ich das an? Ein Glück, dass das Bier nicht noch mehr durchgeschüttelt wurde. Sonst würde ich jetzt wie ein begossener Pudel dastehen. Ein April-Scherz wäre gar nichts dagegen. Hey, du Wicht, das Gerät ist nur für Kunden. Ach, ähm, wissen Sie eigentlich, dass da draußen jemand steht, der Gratis-Europarks verteilt? Oh, das wird ein Fest, dann hab ich endlich meine Ruhe. So ein Trottel. Ui, no es bueno. Habe ich einen Durst? Ach, was soll man machen? Es folgt eine Warnung des Gesundheitsministeriums. Übermäßiger Alkoholgenuss kann Leberschäden und Schließmuskelkrebs verursachen. Bier. Abrella! Das klingt ganz nach einer Explosion im Haus der Simpsons. Na und, das ist zwei Blocks entfernt. Sieht aus, als ob Bier aus dem Schornstein sprudelt. Ich schleiche mich zu Fuß an. Mach Meldung, Code 8. Ich bin ein Besonderes. Hier ist ein Besonderes. Da ist es sie diesen Ausatmuss. Vielen Dank.